Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 13. Herzlichen Glückwunsch! Freitag, der 13. Und ich sage herzlich willkommen zur täglichen Therapiestunde für alle, die hier momentan mit unserem DAX zu tun haben. Ja, also ich glaube, es kommt gar keiner mehr, um hier überhaupt irgendwie wegen den Fallen und wegen den Analysen zu gucken, sondern einfach, um sich mal kurz ein bisschen auszutauschen, um vielleicht auch mal mit mir ein paar Worte zu wechseln, auch wenn ich sie gar nicht hören kann, einfach mal mit jemandem zu reden und die Ansicht zu teilen. Ich bin davon ausgegangen, dass wir nach dem Mittwoch hier Ruhe reinkriegen. Dem war nicht so. Wir sind direkt per Abwärtsgap unter dem Short Trigger eröffnet. Was der DAX dann versucht hatte in der Stabilisierung hat erstmal nicht geklappt, nicht lange und damit ist er dann auf dem Short Trigger nach unten weitergereicht worden. Hier hatten wir die 9.350 als Ziel, aber eben auch 8.800 und tiefer. Was mache ich mit Ihnen jetzt hier? Ich brauche eigentlich keine Feine reinmalen. Interessant ist, das was wir gesehen haben, war mit Abstand, also eigentlich war es der schlechteste Tag, den wir im DAX jemals aller Zeiten gesehen haben. Rechnet man den reinen Xetra-Handel, war es der zweitschlechte Handelstag im DAX gewesen. Rein von der Spanne, von der Bewegung, die wir ab hatten, die ja tatsächlich 1400 Punkte waren, muss ich schon sagen, also auch über die Futures war es definitiv der schlechteste Tag, den der DAX in der ganzen Geschichte hatte. Schaut man sich jetzt die ganzen anderen Tage in der Geschichte an, die so schlecht waren, sind die alle am nächsten Tag direkt ausgekontert geworden, sind aber auch aus einer ganz anderen Konstellation heraus entstanden. Also ich glaube nicht, dass wir uns hier direkt raus retten. Ich denke weiterhin, dass die Erholung immer seitwärts getrieben sein wird, dass wir erstmal auf irgendeinem Niveau dann verharren und das ist aber alles sehr relativ. Wir haben sehr sehr viele offene Gaps, wir haben uns hier zum Beispiel eins offen bei 10.300, hier oben eins bei 11.550 glaube ich rum. Das sind auf jeden Fall attraktive Ziele jetzt von unten kommt, wenn unser DAX in eine Umkehr reinkriegt. Für die Umkehr hat unser DAX jetzt die 8.500 sollte man auf dem Schirm haben und man sollte die 8.000 auf dem Schirm haben. Ich würde beide Zonen jetzt mal mit reinnehmen. Ich denke, wenn Sie jetzt noch hier die Videos schauen, muss ich mir nicht die Mühe machen und Ihnen das nochmal erklären, was, wieso, warum und weshalb wir eine Analyse machen, wozu wir das machen und was auch Ziel und Zweck der Analyse ist. Ich werde es trotzdem nochmal kurz erwähnen, vielleicht haben wir auch neue Zuschauer mit auf dem Kanal drauf, die einfach jetzt hier ein bisschen, ja, in den Strohhalm suchen, um sich lang zu hangeln. Ziel der technischen Analyse ist es nicht, sich hinzustellen und zu sagen, morgen passiert das und das. Ich sage das zwar, was ich denke und was ich glaube, was ich komme, aber das ist nicht Aufgabe der technischen Analyse. Es ist nicht möglich, als Person den Kursverlauf direkt hervorzusagen. Also quasi zu sagen, wir machen morgen exakt das und wir machen morgen exakt. Das ginge nur, wenn ich die Qualifikation eines Hellseaters habe und diese Ausbildung fehlt mir leider in meiner Berufskette. Das, was wir machen, ist technische Analyse. Das heißt, wir suchen uns markante Punkte im Chart, wo der Markt eine Reaktion erwirken kann. Das ist die Analyse. Das Trading ist aber immer noch ein anderer Schuh. Trading und Analyse zu kombinieren bedeutet nicht, ich mache jetzt einfach mal, wie die Pfeile kommen. Trading und Analyse zu kombinieren heißt, ich schaue mir tatsächlich auch an, wie reagiert denn der Markt? Wie läuft er denn an den Triggern? Wie spielt er denn mit den Marken, die wir sehen? Das heißt, wir stellen uns jetzt hin und sagen, okay, auf Basis historischer Kursbewegung können wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil an bestimmten Stellen ableiten, dass der Markt dort eine gewisse Bewegung machen wird, um die dann in Profit umzuwandeln. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das auch automatisch klappt und das ist auch ein Punkt, an dem viele Trader gerade am Anfang eben ihre Probleme haben, weil sie einfach jedes Muster, jeden Fall, jedes Signal, jede Trendlinie, jeden Kanalbruch, alles, was sie irgendwo sehen, wo sie denken, das ist Setup, versuchen sie zu handeln. Das ist nicht richtig. Die Aufgabe beim Trading ist es eben, jetzt zu beobachten. Also zum einen ist die Aufgabe für den Tag eben bestimmte Zielregionen abzustecken, Erwartungshorizont abzustecken und dann den Markt dann zu begleiten, wenn er das bestätigt. Wenn er sich auf dieser für uns errechneten, wahrscheinlichen Route bewegt, ihn zu begleiten. Das bedeutet natürlich auch, dass ich an derartigen Niveaus eben Unterstützung abwarten muss, dass ich vielleicht auch mal erst mal eine Stunde ins Land gehen lasse und gucke, reagiert denn der Markt tatsächlich richtig an diesem Niveau und wenn Jahren steige ich ein, lege den Stop drunter oder eben auch in die andere Richtung, dass ich einen Short reinlege in dem Moment, wo hier eine Stundenkerze dann unter 9600 liegt und unterhalb des Short-Triggers und dann meinen Stop hier oben drüber lege. Also das sind so Techniken, die ich beim Trading nehmen kann, aber die Analyse selbst ist nicht der Trade. Also das nicht verkennen, dass man, ja also ich merke zumindest, dass sich viele so auch in Teilen lächerlich machen über Pfeile und über Sachen, die mir setzen. Aber mal ganz ehrlich, also mir hilft es sehr, wenn ich sehe, dass der Markt hier zum Beispiel direkt durch rennt, diesen Trade nicht zu machen und das ist was Wichtiges und deswegen muss man die Pfeile vorher setzen, deswegen muss man auch vorher einen Erwartungshorizont setzen, sonst weiß man gar nicht, wo man auch mal eben nicht handelt. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie viele Tickets ich in der ganzen Bewegung hier gemacht habe. Das sind, wenn es hinkommt, 8 und das auf die letzten drei Wochen. So und das eben nicht, weil ich nicht genug Eier in der Hose habe oder weil ich keine Ahnung von allem habe, sondern weil eben der Markt häufiger nicht im Setup läuft, nicht in der Analyse läuft, als dass er drin läuft halt. Und die Positionen, die gemacht wurden, die dann trotzdem in dem Sinne geklappt haben halt. Also von den acht Dingern sind mir glaube ich bis drei um die Ohren geflogen, wenn nicht sogar plus zwei. Wir können ja vielleicht doch morgen mal reinschauen. Dann zeige ich Ihnen einfach mal so einen Auszug und dann gucken wir uns das mal an. Aber mir ist es nochmal einfach wichtig mitzugeben, wenn wir jetzt hier so Punkte hinmalen, heißt das nicht, ich gehe jetzt hier mit totaler Überzeugung lang, ohne Stop-Loss, weil der Markt bei 8500 drehen muss, weil er hier so ein Pfeil ist. Das ist nicht Ziel und Zweck der Analyse. Also ich denke, wer jetzt zu dem Zeitpunkt noch Analysen guckt, der hat das verstanden und verinnerlicht. Ich möchte es aber trotzdem einfach auch nochmal gesagt haben, um auch vielleicht bei dem einen oder anderen das Bewusstsein dahingehend eben nochmal zu schärfen, dass man einfach ein bisschen sich das nochmal ein bisschen im Kopf bewusster macht, was man hier eigentlich macht und wie man zu agieren hat. Also, wir können auf jeden Fall oberseitig jetzt auch mitnehmen. Wir haben einen Long-Trigger an der 8800, äh, ich kriege schon die 10.000 da nicht hin, jetzt muss ich hier noch mit 8 und 9 aufpassen. Meine Güte, wir sind nicht bei 8800, wir sind bei 9850. Sollte der DAX da drüber gehen, hat er die Chance, hier erstmal das Gap zu schließen. Das sind gute 400, 500 Punkte Potenzial. Von dort würde ich dann erstmal mit einer Gegenbewegung wieder rechnen und zwar nochmal von oben hier drauf, um dann später nochmal hochzugehen. Das ist oberseitig als Long-Trigger mitzunehmen. Ich würde vielleicht sogar eher das dann so sehen. Das wäre dann hier auch eine Unterstützung, wenn der Markt wieder von oben kommt und das kann man jetzt mitnehmen. Dann könne der Markt hier Richtung die 800 laufen. Wichtig ist aber, das funktioniert natürlich nur, wenn der Markt da oben triggert. Das heißt, jetzt bringen wir mal wieder A und B zusammen. Also ich will mit Ihnen jetzt hier kein Trading-Seminar machen, so viel Zeit haben wir nicht. Aber es ist einfach auch trotzdem wichtig, dass man schon versteht, was wir hier machen. Also wir sind hier keine Zauberer, ne, und Hexen auch nicht und Hellseher erst recht nicht. Es wäre jetzt auch nicht zwingend richtig, von hier zu versuchen, bis hier hoch zu traden. Weil diese Wahrscheinlichkeit, dass wir hier reagieren, die ist nur begrenzt. Das ist in einem Abwärtstrend, das ist in einer Abwärtsbewegung. Und das ist auch Basiswissen. Das setzt sich von jedem im Grunde sogar voraus, der nach Chart und nach Analysen handelt, nach technischer Analyse. In dem Moment, wo ich jetzt hier lang gehe, habe ich bis hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ich habe nicht von hier die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir bis hier oben kommen. Das ist nicht richtig. Das ist dann eine Fehlinterpretation. Es kann natürlich passieren, dass er von hier nach oben dreht. Aber ich persönlich sage Ihnen auch, wie ich das handeln würde. Ich würde, wenn ich hier den mitnehme, weil er hier schön reagiert, ich würde den auch hier wieder abstoßen. Und dann auch zugucken, wie der hochläuft. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, weil ich weiß, diese Bewegung gehört nicht mehr zu meinem Setup. Sprich, ich verliere an Wahrscheinlichkeit in dem Moment, wo ich nichts realisiere hier oben. Weil was kann passieren? Der Markt macht hier diese Bewegung, macht diese Reaktion und dreht von hier wieder auf die untere. Das heißt, das ist dann für mich auf dem Sinne hier begrenzt. Andere Seite ist, der Markt läuft dann weiter und geht hier oben drüber, könnte ich mir auch vorstellen, hier oben nochmal long einzusteigen. Den Stop losst dann unter das letzte Zwischentief, was sich vielleicht gebildet hat, um dann eben Richtung 10.300 zu traden. Den Rücklauf würde ich zum Beispiel hier dann eher nicht shorten, weil wir dann schon wieder in einer aktiveren Aufwärtsbewegung sind. Aber wenn er von hier unten dreht, dann hier auch vielleicht nochmal long zu probieren. Andere Sache wäre, zum Beispiel, wenn hier jetzt eine kleine Erholung reinkommt. Die sehen wir jetzt noch nicht und wir haben auch keine, deswegen kann ich es nicht anzeigen. Und er bricht dann dramatisch nach unten. Könnte man auch bei sowas dann nochmal short rein, den Stop-Loss drüber und dann eben auf diese erwartete Reaktionszone hin traden. Aber das sind so Sachen, die muss man schon, das sollte man schon wissen und auch im Kopf haben, wie man mit Analysen und technischen Analysen umgeht. Also ich kriege das so von einigen Kommentaren, da hört man so ein bisschen raus, dass diejenigen das noch nicht so richtig verinnerlicht haben, was ja eigentlich Gegenstand ist und wie man auch umgeht. Und das Ziel im Trading ist es nicht, dass man hier irgendwo Positionen sucht, mit denen man mit 5.000 Euro zum Millionär wird. Das ist einfach Arbeit. Das heißt, ich setze mich jeden Tag dran, gucke mir die Punkte an und entweder ich mache was oder ich mache nichts. So, und dann kann das zum Beispiel sein, dass an dem Tag hier man die ganze Zeit da sitzt und nichts handelt, weil nichts Brauchbares kommt. Das ist Trading. Auch wenn die Chancen noch so verlockend aussehen, auch wenn das total geil aussieht, was der Markt macht und einen hier richtig Geld rauskötert. Wenn man hier seine Setups nicht hat, wenn man auch in der Bewegung nicht drin ist, das Feeling dafür nicht gerade hat. Es gibt Leute, die können sowas richtig gut, die gehen da richtig drauf ab. Aber es gibt auch viele, denen ist das einfach zu flott, zu stressig halt. Und von daher, da lieber dann einfach nichts machen. Da haben sie in dem Moment, wo sie ihr Cash waren, haben sie schon mehr gekonnt als gerade 95% aller anderen an der Welt. Glauben sie das mal. Es verliert gerade je der überall. In dem Moment, wo sie nichts verlieren, haben sie schon mal viel, viel, viel mehr gekonnt als alle anderen. Und dann haben sie auch die Chance und die Gelegenheit in dem Moment, wo Ruhe reinkommt, wo Stabilität reinkommt, eben dann nochmal anzusetzen und mitzugehen. Also das nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen, nochmal ein bisschen, was machen wir hier eigentlich, was erwarten wir, warum ziehen wir überhaupt die Pfeile und so weiter. Jetzt möchte ich mit Ihnen aber auch noch über eine reden. Wir sind jetzt an der 8.5 ein bisschen hängen geblieben und das ist die 8.000. Die 8.000 ist für mich eine ultra spannende Marke. Ich hole Ihnen mal einen anderen Chart rein, da sieht man das ein bisschen deutlicher. Ich habe mir das irgendwo präpariert gehabt auf dem 5 Euro Mini. Wo ist er denn? Irgendwo habe ich ihn zurechtgelegt. Und zwar hier, schauen Sie mal. Wir haben unten an der 8.000 haben wir von dieser kompletten 2019er Aufwärtsbewegung dann so ein 161er Retracement. In Übertreibungsmärkten, sei das Bitcoin, sei das Tesla, sei das alles, was irgendwo übertreibt, das ist ja nun definitiv auch. Übrigens Palatium auch. Palatium haben wir auch im Premium-Dienst. Warten Sie, da muss ich Ihnen einen anderen Chart holen. Palatium hier, das haben wir am, ja von wann ist die Mail? Am 30.01. hat man hier auch auf eine Verkaufszurne hingewiesen. Auch typische Übertreibungsbewegung, richtig krass, richtig heftig übertrieben. Dafür, ich habe es Ihnen hier nicht zeigen wollen, weil wir haben sowas, ich habe sowas schon mal mit Gold gemacht und da habt ihr mich, da haben mich so viele dumm gemacht und runter gemacht im Video, wie ich denn bei Gold in den Short platzieren kann. Wenn man das im Nachhinein gesehen hat, ist da von der Stelle, wo wir reingegangen sind, das war eine richtig heftige Gegenbewegung im Gold gewesen. Das war, wann waren das gewesen? Das ist auch schon eine Weile her. Hier, die Zone, die Zone, das hatte ich damals hier mit Übertreibungsdienst gezeigt. Ach, was muss ich mir da anhören für gespött und für gelächter, dass wir in Gold Short gehen gegen so eine starke Trendbewegung und wie dämlich das denn wäre und wie hirnrissig und dass das überhaupt nichts mit Trading zu tun hätte, sondern einfach nur gezocken wäre, weil der Trend so stark ist. Auch das, meine Freunde, war auch nichts anderes wie nur eine technische Zone und wo sind wir rausgegangen? Ich glaube bei 1,5, 1,460 haben wir dann unseren Trade auch im Dienst zugemacht. Jetzt hat man hier, wie gesagt, das Palatium drin, auch hier wieder eine technische Übertreibungsmarke, einfach auch aus dem Fibonacci hergeleitet, technisches Reaktionsziel hat mir bei 1,6, 1,860 von oben kommen, so dann sollte eine Gegenbewegung und dann sollte man hier auch nochmal weiter shorten können. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was da draus geworden ist, sehen Sie das auch richtig heftig an der Marke reagiert. Die 1,860 haben wir nun erreicht, sogar ein bisschen überschossen, haben halt heute auch gesagt, wer da Position eben mitgemacht hatte, kann das jetzt da wieder rausnehmen. Und ja, deswegen zeige ich Ihnen jetzt hier eben den DAX, weil im Wochenchart das eben genau wieder so ein Niveau ist halt, wo einfach vieles aufeinander kommt. Wir haben jetzt hier diese Fibo-Projekt, nee, das ist nicht die Projektion, Entschuldigung, das ist falsch, falsche Begrifflichkeit, das ist ein Retracement, was wir hier haben, ein 1,61er. Und wenn wir im DAX im Monatschart schauen, meine Güte, kriege ich jetzt nicht mal hier ein paar Monate rein. Das ist aber auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, also ganz ehrlich, kriege ich hier nicht die Tage rein. Warten Sie, müssen wir da was anderes zur Seite holen. Kriegen wir alles hin. So, wäre doch gelacht, wenn ich Ihnen hier keinen Monatschart hingestellt kriege so. Und jetzt schauen Sie mal hier, diese alten Hochs aus, diese Hochs hier aus 2000 und 2007, bevor die großen Craigs kamen. Das ist eigentlich krass, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wie der momentan wegbrettert und wie er in diesen großen Craigs weggebrettert ist. Also, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber das wäre in dem Sinne dann jetzt hier eine Unterstützung. Ich sage mal, mit Backup hier auf dieser Zone. Das ist jetzt eine schöne, das haben wir, glaube ich, sogar in der Jahresanalyse. Irgendwo hatten wir es mal mit drin, da haben wir drüber gesprochen. Also 7500, 8000 wäre jetzt im Grunde eine Zone, wo man auch mal sagen kann, wie Palladium, wie Gold und so weiter. Von dort wäre dann schon deutlichere Gegenbewegung auch zu erwarten. Ganz egal, wie sich die Nachrichtenlage entwickelt. Einfach aus technischen Gründen. Einfach, weil dann ein bestimmter Punkt erreicht ist, an dem die Leute den Kurs als günstig erachten, Short-Position auflösen, Long-Position einlösen. Das muss nicht sein, dass wir bis dahin unbedingt noch fallen. Aber ich sage mal, aktuell sieht es schon fast eher danach aus. Also, wir gucken jetzt mal wieder Freitag wird. Man sollte niemals nie sagen, kann auch schnell in eine Umkehr wieder reinkommen. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall hier unten jetzt erstmal noch ein mögliches Ziel, ein mögliches Zielzenario, was noch offen ist und was ja letztendlich auch in die Bewegung reinpasst. Und wenn ich das so sehe, ich ärgere mich immer noch. Wir haben das so schön gesagt, hier nach so einer roten Kerze müsste eigentlich noch eine weitere kommen. Da ärgert man sich doch selber echt zu viel. Also, man hat nicht einfach fett mit Short reingegangen. Aber sowas, das muss man sich auch abgewöhnen. Da ärgert man sich nur von Sekunde zu Sekunde, dass man irgendwo was nicht gemacht hat und am Ende macht man nur noch alles. Das ist dann auch nicht Ziel. Lieber versuchen, wenige Trades zu machen. Da kommt man wesentlich besser durch, als wenn man immer versucht, alles zu traden. Gut, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir jetzt hier hingekommen sind. Ich kann Ihnen noch was Interessantes zeigen, wenn wir hier gerade sind. Und hier haben wir heute mal ein bisschen, ich habe heute irgendwie meinen Bildungstag hier zu zeigen. Das haben wir im Jahresausblick auch mal offen gehabt. Das ist der Kursindex. Der DAX quasi Dividenden bereinigt. Also die Reihen, nee, andersrum. Nee, doch, wie ist es? Dividenden bereinigt. Die werden im DAX, im Performanceindex ja mit reingerechnet. Hier werden sie eben nicht mit reingerechnet. Das heißt, wenn die Dividenden immer aufs Konto kommen und nicht wieder in den Markt investiert werden, ist das der Kursverlauf. Hier sehen wir auch schöne Zyklen seit 2000. Da war der letzte einfach ein bisschen überfällig. Man sieht aber auch, der DAX ist hier oben ein bisschen gedeckelt gewesen, weil er 6300 im Ausbruch fehlgeschlagen. Und wer jetzt hier ein bisschen sich auskennt, sieht auch so eine SKS, also eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die jetzt hier nach unten durchschlagen wurde und vom Bewegungsspielraum auch definitiv noch ein bisschen Platz hätte, so in dem Bereich hier rum. Unterstützung haben wir auf der Unterseite hier leider noch nicht. Das wäre dann erst tatsächlich hier der Fall. Sprich, da müsste noch mal so ein Monat nach unten kommen und dann wäre der Kursindex auch an einem Punkt, wo man gesättigt ist. Das sehe ich momentan noch nicht, muss ich sagen, dass er jetzt so viel wegrotzt. Aber man sollte niemals nie sagen. Was haben wir jetzt hier? Da muss ich selber mal kurz gucken. Sie sehen ja gerade gar nicht die Kursstand rechts, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ich mache Ihnen das mal richtig. Dann können Sie auch alles mitgucken hier. So, schauen Sie mal. wie ich für Sie bin hier. Soll mir doch keiner schimpfen hier. So, 6, 3, 2, 8. Wir haben jetzt 5400 bis 4000. Ist in einem Monat gefallen. Dividenden sind ja glaube ich nicht so viele gezahlt worden. Gucken wir mal kurz hier. Was haben wir jetzt hier auf dem Monat? Wo haben wir den gerade gehabt? Wir haben da hier gerade 5 Euro Kassel gehabt. Genau. Gefallen ist da 1600 Punkte. Im Kursindex waren das 1400. Ja. Das heißt, wenn unser DAX jetzt noch 1000 auf die Dings fällt. Na gut, dann steht unser. Also wenn der DAX jetzt schnell noch 1000 Punkte fällt, steht der Kursindex auch hier unten. Und wenn der DAX 1200 fällt, steht der Kursindex hier unten. Also, das würde dann mit der 8000 übereinander kommen. Aber dann muss der schnell fallen, der DAX. Mal schauen. So. Okay. Wie kriege ich jetzt noch hier eine Brücke rein, um ein Fazit zu ziehen? Ähm. Grundsätzlich, wir müssen technische Gegenbewegungen jederzeit einplanen. Wir können momentan nicht irgendwie sagen, hier kann irgendwas nicht passieren. Ähm. Müssen jederzeit mit technischen Gegenbewegungen. Wo ist mein Chart hin? Hier. So. Müssen jederzeit mit technischen Gegenbewegungen sehen. Der DAX ist gerade schon bei 8900. Sie haben es gesehen im anderen Chart. Also, geht auch über Nacht hier noch ein bisschen weiter. Wir gucken mal uns die 8500 an und dann gucken wir die 8000 an. Von 8000 würde ich mir dann schon eine Erholung wünschen. Trotzdem ist es keine Garantie, dass sie kommt. Wir haben ein erhöhtes Wahrscheinlichkeitscluster dann in dem Bereich. Und Reaktionsziel wäre tatsächlich von dort der Bereich um 10400 dann erstmal, ne. Das sind auch ordentlich 2400 Punkte. Ähm. Das geht schon. Und das wird wahrscheinlich nicht so viel länger dauern, wie das, was er runter gemacht hat. Und dann erstmal hier in irgendeine Seitwärtsphase eingehen. Ne. Aber so zack, zack, gap, close, close. Und dann steht er hier. Schon nicht so abwegig, wenn er jetzt die 8000 richtig annimmt. Also, auch wenn man auf den Monat schaut, ähm. Die Monatskerze, die würde, das würde die ja nicht mal jucken, wenn der diesen Rebound macht. Einfach weil er so viel gefallen ist. Jetzt finde ich schon wieder meinen Chart nicht. Ne. Also, wenn der jetzt auf 8000 fällt und er macht einen Rebound auf 10400, steht er immer noch hier unter diesem Tief und hätte immer noch genug Potenzial im nächsten Monat nochmal wieder runter zur 8000 zu gehen und dann vielleicht auch tiefer zu stechen. Okay. Gut. Deswegen, wir haben es jetzt abgesteckt. Wir haben oben interessante Punkte oder den wichtigsten Punkt eigentlich bei der 9850. Alles davor ist erstmal noch Bärenland. Ist negativ zu betrachten. Interessante Bereiche eben bei 8000 und 8500. Sollten wir eine schöne Erholung zum Freitag schon bekommen. Wäre hier Platz bis an die 10300 dran. Ähm. Aber dafür müsst ihr oben rausdrücken. Das wird bestimmt schwer. Also, so wie der jetzt am Abend hier noch weiter drückt, wird das wohl schwer. Gut, meine Freunde. Also, bleibt mal schön bei Laune. Ähm. Macht keinen Blödsinn. Und, ähm. Auch gleich für den Hinweis, wer die 8000 kaufen möchte, sollte die zum Freitag kommen, planen Sie und kalkulieren Sie das Gap übers Wochenende ein. Wir haben momentan 1400 Punkte Bewegung auf dem DAX pro Tag. 2 Tage Wochenende. So, rechnen Sie sich aus, was im Worst Case passieren kann. Ja. Ähm. Wir haben noch nie einen Gap gesehen, dass über 1000 Punkte groß war im DAX. Aber nur, weil wir das noch nie gesehen haben, heißt das nicht, dass das niemals kommen kann. Na. Also, von daher, bisschen besinnlich und bedacht. Also, ich glaube, wenn man die 8000 versucht, man hat hier 2400 Potenzial nach unten, nach oben. Also, ich glaube, man stirbt auch nicht, wenn man die Positionsgröße so baut, dass man echt auch nach unten gut ein, zwei Tage Luft hat. Ein, zwei Tage Luft heißt 1500 Punkte? Weiß nicht. Also, muss man gucken. Muss man gucken. Auf jeden Fall ist Wochenend, äh, Gap-Risiko mit einplanen, wer was macht. Ähm. Das sollte, sollte klar sein. Man kann sich auch übers Wochenende aushätschen, ne. Dass man eine Position zum Beispiel eröffnet. Bei 8000, dann, ähm, geht man, was weiß ich, long rein. Könnte man probieren, ja. Und wenn der gut anläuft, ähm, geht man einfach 21 Uhr dann aber. Bitte dran denken, die Amerikaner machen jetzt eine Stunde eher immer zu und wir haben, wir haben US-Sommerzeit. Man macht dann 21 Uhr einfach einen Hedge rein, den man dann übers Wochenende mitnimmt. Und dann nimmt man den gleich früh um 8 Uhr raus. Ganz egal, was passiert ist. Ähm. Im besten Fall hat man sich damit sogar einen Vorteil verschaffen. Im schlimmsten Fall ein bisschen Performance ausgelassen. Da könnte man aber den Hedge auch weiter halten, bis das Gap dann geschlossen ist. Wieder rausnehmen. Also, da gibt's schon Möglichkeiten. Man muss sich nur eben Gedanken machen. Man muss sich vorher auch damit beschäftigen. Okay? Und das machen Sie bitte. Machen Sie sich Gedanken drüber. Machen Sie keinen Blödsinn. Nur überlegt und ruhig handeln, ne. Wer merkt, der ist panisch und hektisch, der macht einfach mal den Laptop aus für ein paar Tage. Ähm, das soll auch helfen. Okay? Und, äh, ja. Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen viel Glück zum Freitag. Ich glaube, das kann man momentan echt gut gebrauchen. Wenn Sie hier einmal Pech haben, also kriegen Sie ja den Fuß nicht mehr aus der Scheiße raus. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja der reinste, die reinste Katastrophe. Ihr Todes, 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 Dachs. Na. Insofern. Ich mach die Kiste zu. Ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg zum Freitag. Drücke Ihnen die Daumen. Egal, wie Sie positioniert sind. Mögen alle reichlich belohnt werden. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.